Nach dem letzten Erntemarathon geht es heute in den nächsten Monat rein und wir gucken natürlich, was gibt es Neues, welche Aufträge kommen rein, was können wir erledigen hier mit den Werkzeugen, die wir haben und schaffen wir es im nächsten Monat auf 300.000 plus Euro. Ich hoffe es doch, denn das wäre schon mal ein gutes Ziel mit rund 300.000, ja, hat man doch zumindest einen guten Puffer, falls man dann vielleicht doch nochmal einen besseren Traktor braucht und ich achte ja schon immer schön auf die Angebote, aber es kommt einfach nichts Gutes rein. Gibt es da irgendwelche Regeln, wann da was Neues reinkommt? Ich weiß es nicht. Also ganz, ganz eigenartig, aber ich habe zumindest alles erledigt. Ich habe sogar noch ein paar Grubberaufträge gemacht und dementsprechend können wir jetzt hier reingehen und erstmal in den nächsten Monat. Also es ist alles erledigt in diesem Monat. Entspannt in die Puffe. Wir stellen nochmal eine Stunde eher und dann gucken wir mal, was im nächsten Monat kommt. Ja, Einnahmen durch Gebäude und so weiter. Produktionskosten minus 2, was auch immer das ist. Vielleicht irgendwelche Gebühren oder sowas. Wir sind bei 264.000. Ja, und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Wir haben natürlich wieder die Silage, ne? Wir haben natürlich wieder die Silage, aber die braucht auch noch Zeit. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall nochmal... Ne, da müssen wir auch gar nichts machen. Da können wir nochmal später reingehen. Die Gewächshäuser laufen nach wie vor. Das bleibt auch erstmal so. Die Bienen waren auch wieder einigermaßen fleißig. Jawohl. Von einer Kiste hier auf eine Palette oder anderthalb Paletten hochgestockt. Das passt alles. Ja, wir gucken mal als erstes rein. Womit können wir wohl konstant und am ehesten noch weiter Cash machen? Das sind ja eigentlich die Aufträge, ne? Wir haben hier Gruberaufträge. Wir haben Ernteaufträge schon wieder. Und jetzt geht's aber hier zur Sache, Alter. Da. Rote Beete ernten. Feld 57. Rote Beete. Das muss gewaltig sein. Sonst hätte das nicht so viel Cash. Feld 57. Wo sind wir denn da? Da ist es. 57. Ganz in der Nähe. Und das steht komplett voll mit rote Beete. Dieses gesamte Feld. Und das heißt, wir müssten hier mit so einem Zwei-Zeiler-Ernter... Es gibt gar keine Geräte dafür, die ich ausleihen kann, ne? Das macht das halt ein bisschen eigenartig, ne? Also ich würde es ja machen, aber da müsste ich mir ja manuell auch noch ein Gerät ausleihen. Wir gucken mal eben rein. Oh, 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 oh. Oha. Neue Technik. Was auch immer. Der Kompakt 1570 Max. Was ist denn das, Algen? Ich weiß gar nicht, was das ist. Was ist denn das? Was soll denn das sein? Oh, Alter, ist das so ein... Ist das so ein Striegel? Oder so ein... Oh, Alter! Was ist denn das für ein Riesenteil? Was macht man denn damit, ey? Naja, das kann ich nochmal... Oh, mindestens 500... Besser 500 PS damit, ey. Alter, Falter. Ja, das... Haha, da sehe ich mich aber, Alter. Einmal rüber über so ein kleines Feld und fertig. Ja, ey, das können wir uns mal angucken im Livestream. Wofür man das verwendet. Was ist dette hier? Das ist doch irgendwas zum... Das ist hier zum Güllespritzen, ne? Puhi. Was ist das hier? Premium. Ja. Auch irgendwas. Keine Ahnung. Gas, Wasser, Scheiße. Brauchen wir auch nicht. Ne. Brauchen wir tatsächlich nicht. Äh, auch hier. Tatsächlich, tatsächlich. Das hier ist beides... Ja. Das ist beides für Biogas. Also würde ich jetzt hier in die Biogasanlage gehen, wäre das wahrscheinlich hier ein Schmackofatz für nur 100.000. Zwei fantastische Geräte. Hm. Ja, so leider nicht. So leider nicht. Aber wo wir reingehen, hier einmal in die Gemüsetechnik. Und es gibt nur dieses eine Gerät. Es gibt nur dieses Gerät. Und das heißt, ich könnte mir das Teil mieten, ähm, Basismietkonto für 12.000. Das bedeutet, wenn ich das mieten würde für 12.000 plus Kosten. Und dann gehe ich quasi in diesen Auftrag hier rein. Dann ist ja die Hälfte schon weg. Plus, so ein Otto-Job macht man ja nicht selber. Da hat man ja noch einen Angestellten an für. Also auf keinen Fall. Also das, das kann man nicht machen. Das geht nicht. 13.000. Das sieht aus, ja, Kartoffel. Was gibt es hier noch? Sorgumhirse. Sorgumhirse. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sorgumhirse. Riesenmaschinen dabei. 9.000 dafür. Und hier nochmal Sorgumhirse. Das könnte ich natürlich eben schnell machen. Einmal hier mit dem großen Schlepper hin. Und, ähm, das wird auch beides bei Feed and Grain abgeliefert. Und dann hätte ich mal eben zwei von diesen Aufträgen. Und das ist Kartoffeln. Ne, Kartoffeln will ich auch nicht, ne? Ähm, vielleicht kommen aber auch noch im Laufe der, im Laufe der Zeit weiter. Warte mal. Ne. Oh mein Gott, jetzt habe ich irgendwas gedrückt. Oh mein Gott, ich habe irgendwas gedrückt. Oh mein Gott, das ist ja mies, dass das hier unten hin und her springt. Willst du mich verkohlen? Jetzt habe ich Aufträge aktiviert. Der nächste Fail. Grubbern. Okay, da kommt ein Helfer drauf mit dem eigenen Gerät. Ernten. Ich muss Kartoffeln ernten. Düngen. Flüssigdünger, Mineraldünger. Oh boy. Nö. Ich meine, ich könnte das abbrechen, ne? Jetzt nochmal düngen. Ja, das nehme ich aber auf jeden Fall nochmal an. Das nehmen wir an. Ich muss nichts ausleihen. Ich habe dafür alles. Vertrag akzeptieren. Ähm. Verträge hinzufügen. Warum springt das so blöd hin und her, Alter? Guck mal, was da alles noch dazu kommt. So. Das sind jetzt hier gerade die Aktiven. Jetzt habe ich hier noch ganz, ganz, ganz viele Düngeaufträge. Und ich würde sagen, wir gehen mal eben wieder rein in die Düngung. Und, ähm, dann ist das einfach schon mal ratzfatz erledigt. Das nehme ich jetzt alles an. Zack. Und zack. Und zack. Jawohl. Alles gleich. Perfekt. Ich gehe erstmal hart rein in die Düngung. Wenn das mit dem Düngen erledigt ist. Oh mein Gott. Ich muss nochmal ernten. Es gibt nochmal einen Erntemarathon. Ich sehe jetzt schon kommen. Es gibt nochmal einen Erntemarathon. Ganz, ganz, ganz sicher. Aber jetzt gehen wir erstmal in die Düngung. Jawollo. So, rein in die Karre. Hier mal eben mein Super Dünger 500 dran gekoppelt. Und dann wird es hier mal eben schnell über alle Felder gepräzt. So. Zack. Ist dran. War das N oder war das Z? N ist es. Und wir haben noch 3000 Liter. Das ist ein bisschen wenig. Das heißt, ich gehe erstmal auffüllen. Keine Ahnung. Für 10.000 nochmal auffüllen. Und dann wird gedüngt. Also. Attacke. Erstmal wieder ein bisschen Cash ausgeben. Um dann wieder Cash einzunehmen. Alter. Und ich komme hier an. Und jetzt sehe ich das Theater. Ich habe hier auch noch die ganzen Aufträge angenommen. Mit den ganzen Maschinen. Ach leckofunny, Alter. Aber ich könnte mal hier den besseren Traktor dann wenigstens nehmen. Ach leckofunny, Alter. Ja, das ist ja uncool. Warte mal. Den müssen wir mal eben abkoppeln. Ich lasse meinen mal eben stehen. Dann vergolden wir hier wenigstens nicht meinen Sprit. So. Hier sind noch ein paar Saatsäcke. Und dann nehme ich das teil. Ich denke mal, der wird mehr PS haben. Und dann werde ich hiermit schön düngen. Ich hoffe mal, dass der mehr PS hat, Alter. So. Oh, ich denke schon. Ach, was ein Theater, Alter. Ja, sowas ist natürlich räudig, ne? Ich brauche diese Bags. Dann hatten wir ja gesagt, hier die Schweinefirma unterstützen wir natürlich nicht. Wir nehmen die hier. Wahrscheinlich auch eine Schweinefirma. Wie alle Firmen, weiß man halt immer nicht. Aber davon kaufen wir mal sechs Stück. Knappe 10.000. Genau. Kaufen. Wat mut dat mut. Und dann holen wir das mal eben hier ab. Mann, 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 Mann. Kann man eben von der anderen Seite ran. Packen vorne das Gewicht eben drauf. So. Und dann ist da auch Platz. Oh, Alter, der ist aber wendig hier, ey. Krass. Krass, krass, krass. So, Gewicht ist vorne dran. Jetzt schön daneben brettern. Das geht schon automatisch auf. Und Dünger auffüllen. Und schon läuft's unten. Ich mach mal eben voll das Ding an hier. Da, und der letzte Sack. Und der geht automatisch zu. Perfekt. Und damit haben wir alles. Ja, jetzt bretter ich los. Jetzt muss ich natürlich wirklich gut aufpassen. Ich hab ja jetzt hier übelst den Schnickschnack gemacht. Das war natürlich echt schlecht. Vielleicht soll ich hier einfach abbrechen, die Aufträge. Ich guck noch mal eben rein. Alter. Was ein Chaos, ey. Ich hab das jetzt mal eben abgebrochen. Äh, hat mich jetzt zwar den Schlepper gekostet. Ich wundere mich gerade schon da. Na, nur wo ist mein Traktor hin? Ich stehe hier auf der Straße. Und hab den, den wunderbaren Anhänger hier auf dem Rücken. So, aber was soll es, ey. Ankoppeln. Brauch ich das Gewicht da vorne? Ist das notwendig? Hat man so ein Gewicht da vorne? Dann wiegt doch nur noch extra, ey. So. Okay. Ja, damit geht's jetzt los. Und jetzt wird hier rasiert. Wir gucken mal eben über die ganze Map. Guck mal hier, hier blinkt es überall. Jetzt muss ich mir mal eben eine Route ausdenken. Da oben muss ich nicht hin, ne? Oh doch, ich muss einmal nach da ganz oben. Ja, fang ich oben an. Ja, eigentlich egal, wie ich fahre, ne? Ich muss ja eh wieder hin und her. Vielleicht fang ich einfach oben an, mach dann hier 30. Die, 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 die und zum Schluss hier unten die beiden. Wie sonst auch immer. Ja, würde ich sagen. Also, Vollgas. Wir müssen düngen. So, und das muss es doch schon sein hier. Ich klapp schon mal aus. Ist es das? Ja. Schon fanden wir da fast, ich dachte erst das Grüne. Das, das Unfertige hier ist es. Und jetzt gehen wir nochmal rein. Ich sollte vielleicht doch, damit ich nicht so viel vergeude. Gehen wir mal in die 30 Meter Anzeigen. A, B, Richtung setzen. Jawohl. So, dann mit Altende. Und, oh boy, wir sind schon... Ich brauch's einfach nur, um grob zu wissen. Ich muss eh zweimal drüber fahren, ne? Deswegen. Also, aktivieren. Und wir spreadern hier einmal schön drüber. Das ist natürlich der Hammer, ne? Das macht das Düngen ja wirklich super sexy. Einfach mal... Oh, guck mal, auf einmal fehlt mir da an der Seite was. Das ist natürlich chillig. So, dann fahren wir hier. Warte mal, kann ich nicht so quer fahren? Dann fahren wir hier nochmal eben drüber. Und auf der anderen Seite nochmal drüber. Damit ich hier nicht die volle Längsseite entlang fahren muss. Und jetzt fahren wir da nur noch das kleine Schniebelchen. Und dann sollte das doch gemacht sein, oder? Abgeschlossen. Aha. Genau so, Alter. Genau so. Joa, direkt wieder zusammenklappen hier alles. Und runterfahren. Jetzt geht's los. Jetzt kommt, glaub ich, das erste Größere. Das war ja hier winzig. Und nun geht er wieder los mit den größeren Feldern. Und ich hoffe, dass das halt einfach jetzt ratzfatz erledigt ist. Wir haben jetzt 64.000 hatten wir am Anfang. Wir haben jetzt also durch die ganzen Aufträge, durch das Hickhack und so... Jetzt haben wir vielleicht ein bisschen einen Minus. Und den ganzen Dünger musste ich natürlich auch kaufen. Alles nicht ideal, aber ich hoffe, das kommt alles gleich wieder rein. So, direkt von der Autobahn runter. Direkt runter. Und wir fahren. Jetzt versuche ich das aber mal so ein bisschen präziser zu machen. Damit ich hier echt nichts verschwende. Denn der ganze Dünger, das kostet ja alles. Und das sind eben meine Kosten. So. Guck mal, das sieht auch ganz gut aus. Und wir haben wir genau daneben gesetzt. Schön nochmal korrigieren. So ausfahren das Ganze natürlich wieder. Und dann geht das los. Ich hab schon wieder Bock. Ich hab schon wieder Bock. So. Tempomat aktivieren. Jawohl. Und da zieht er ab. Nice. Ja, so geht das. So macht das auch Bock. Und so zieht man dann auch mal eben so ein ganzes Feld komplett durch. chilling. Das ist vorsichtig. Hmm. Das ist vorsichtig. So, und jetzt sollten das hier auch schon wieder die letzten Meter sein. Ratzfatz durchgezogen und ein bisschen bleibt natürlich übrig. Und das werden wir natürlich auch nicht düngen. Komm, schnell ausmachen. Feld 30 abgeschlossen, tipptopp. So, den Rest sparen wir uns, kriegen wir nicht bezahlt. Also rein damit. Ich fahre da vorne mal direkt auf die Straße und danach brettern wir weiter zum nächsten Acker. Da muss ich ja gar nicht brettern, Alter. Ich stehe ja quasi schon direkt davor. Da muss ich ja gar nicht viel brettern. So. Dann haben wir doch schon alles. Direkt ausfahren hier das Ganze. Na, passt das von der Breite? Oder soll ich das Ding vielleicht doch quer machen? Oh, da muss ich ja noch mehr wenden. Ich ziehe das hier einmal so durch. Und dann fahre ich nochmal wieder quer ein paar Mal. Zack, zack. Rein da. Gleich schön aktivieren. So, siehste. Geht auch. Dann ziehe ich gleich einmal hier quer, zapp, zapp. Oder zweimal. Und dann ist das auch erledigt. Aber so ist es doch, glaube ich, schon am besten. Oh, wird aber knapp mit dem Zaun da hinten. Stopp. Kannst du dich ausdecken wieder hier. Es ist einfach, es ist einfach zu spack, ey. Mit dem Riesengerät. Das Feld ist wirklich ausgelegt für Handdüngung, ja. So, warte mal, warte mal. So. Ja, nicht so ganz die Breite, ne, die ich brauche. Aber es wird schon passen. Erledigt. Hier habe ich jetzt, glaube ich, genug Platz. Ja, das hier nehmen wir direkt so mit. Dann haben wir nämlich hier genau exakt die Breite. So. Auch direkt schon wieder den nächsten Baum mitgenommen. Und ich hoffe jetzt hier 97 Prozent, dass das die letzten drei Prozent sind hier. So. Und erledigt. Feld 46. Was haben wir noch als nächstes? Ja, das haben wir, das haben wir. Hier unten machen wir zum Schluss. Jetzt geht es hier rüber. Oder das Nachbarfeld, wo es mir die Silage so sehr zerrissen hat. Da kann ich ja auch, das sehen wir auch von hier aus. Da fahren wir auch mal eben durch. Das ist ja direkt neben meinem Acker hier. Ja, aber die Aufträge, ne. Die Aufträge sind doch wirklich angenehm. Ist ja jetzt nicht irgendwie sonderlich spannend oder so. Aber das kann man doch schon mal machen. Guck mal, das Feld hier muss das jetzt sein. Das Feld muss es sein. Und wir gehen auch mal direkt rein. Aktivieren. Stopp. War noch nicht ausgefahren. Und ich glaube, ich mache doch nochmal die Korrektur. Ja. Ziehen wir lieber nochmal mit der Korrektur drüber. So. Und jetzt aktivieren. Rein da. Und düngen. Yes. Sauber. Ja, ich habe das natürlich in der Zwischenzeit alles wieder aufgeräumt. Also schön hier mit dem Anhänger dann hingefahren. Mal eben die ganzen Ballen aufgeladen. Hat auch bis auf einen Ballen alles draufgepasst. War gar nicht so schlecht. Und dann ist das jetzt quasi in einer Linie wieder abgelegt. Und damit haben wir das dann auch. So. Rein da. Jawohl. Alter, dieses Muster, ne. Da wirst du ja Kirre bei. Alter. So. Wir gehen da mal so rein. Da ist doch nicht so schlimm. So. Angenehmer. Jawollo. Gleich wieder schön ausmachen. Zack. Und auch hier jetzt wieder schön nur noch die Seiten. Wir gehen wieder in den Quer. In die Queransicht hier. Genau. Fahren wir mal ein bisschen daneben. Kurz die Seiten machen. Einmal. 95%. Alter, das Handling mittlerweile, ne. Ich sag, hoppala. Ich sag dir. Und schon versaut das wieder. Ich sag dir. Immer besser. So. Und wieder zurück. Können wir jetzt auch ein bisschen Platz lassen. So. Und abgeschlossen. 47. Auch erledigt. Geil, ey. So macht das Bock. Nächstes Ding. Oh, jetzt müssen wir hier einmal wieder rumfahren. Und dann sehen wir hier zu. Das ist ein bisschen kompliziert. Mal gucken, wie ich das am besten mache. Und dann das kleine hier unten. Und da sind wir auch schon fast durch. Ja, wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie mache ich das am besten? Ich glaube, ich fahre tatsächlich erstmal hier quer, damit ich mehr Platz habe zur Straße. Einmal so rüber. Und dann mache ich auch da hinten die Rundung direkt mit. Und dann, dann mache ich hier unten den. Ey, come on. Was machst du für Sachen? So. Genau. So machen wir das. Und dann fahre ich da hinten direkt in die Kurve mit rein. Mache jetzt quasi hier erstmal diesen Abschnitt. Und wenn der dann fertig ist. So. Dann geht es weiter. So. Rein da. Spurführung aktivieren. Tempomat. Rein in Superspreadern hier. Oh, passt schon. Na komm. Go, 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 go. Kostet alles Geld. Ah. Frühmorgens. Im ersten Nebel. Erstmal den Mineraldünger ausbringen. Jawollo. Für maximalen Ertrag, Alten. Unnormal. Sag mal. Steht da gerade irgendwie ein Schild auf der Straße? Da steht doch ein Schild auf der Autobahn. Läuft er. So, jetzt muss ich hier aufpassen. Jetzt aufpassen. Jetzt geht es hier in die Schräge rein. Dass ich hier nicht so viel vergeude. So. Ja, passt, passt, passt. Da vorne ziehe ich jetzt gleich rum. Jawollo, jawollo. Sieht gut aus. Alter, der Hammer, ne? Bin gespannt, was für Aufträge hier diesen Monat rein... Äh, für Aufträge, sag ich. Für Angebote reinkommen. Ich will endlich einen fetten Traktor ein. Endlich einen dicken, fetten Traktor. Das wäre schon nice. Nice. Ja, die Bahn nehmen wir direkt so, wie sie hier kommt. Die nehmen wir direkt, wie sie kommt. Go, go. Und aktivieren. Dann kann ich mich gleich da in der Mitte einmal noch lang. Und dann war es das. Und hier ziehe ich jetzt erstmal schön gerade durch. Das ist ja perfekt. Und dann haben wir jetzt nämlich hier diesen schwierigen Teil quasi einmal abgeschnitten. Haben da drüben jetzt gleich hier so einen schönen quadratischen Teil. Und den können wir dann hier mit dieser Quer-Hin-und-Her-Fahrt zack, zack, drei, vier Mal abschließen. Hier gleich einmal in der Mitte noch drüber. Und dann ist das durch. Ja, also ich ziehe jetzt auch hier nochmal ein bisschen durch. Ich meine, da ist ja jetzt nicht so ganz viel noch was passiert. Und dann gucken wir gleich mal, wie es auf dem nächsten Acker aussieht. Ich glaube, so ganz viele sind da auch nicht mehr. Abschließen schnell das Ganze. Und dann haben wir es, ne? Also düngen, immer wieder geil, immer wieder gern. Klar, wir rechnen das natürlich gleich nochmal gegen. Weil das ja auch immer noch ein bisschen was kostet. Weil man den Dünger halt einkauft. Aber es ist einfach auch eine entspannte Tätigkeit. So, von daher Düngermarsch allen. Abgeschlossen. Jawollo. Das mag ich, wenn so richtig viel noch übrig bleibt. Fühlt sich gut an. Ach, hervorragend. So, einklappen und direkt zum nächsten Ackerbrennern. Das war irgendwas Lüttes jetzt, ne? Ja, ja, ja. Ich fahre hier einfach über die Schienen. Ich sage dir, wie es ist. Feld 62 irgendwo hier unten. Und danach einmal quer rüber die beiden anderen kleinen. Aber das kriegen wir doch gut hin, ne? Geil. Feld 62. Alter Falder, Alter Falder. So. Äh, ausfahren hier erstmal wieder alles. So, passt das? Ja, komm. Gibt Gummi. Und ein bisschen neben der Spur fahren. Dann sollte das passen mit dem Rand. Und dann komme ich, glaube ich, genau mit zwei Bahnen aus. Das ist ja nice, ey. Das sieht gerade so aus. Hoffentlich ist das auch so. Exakt zwei Bahnen. Das wäre ja nice, ey. Hier auch schön bis zum Rand. Und? Ja. Oh, ey, ey, ey. Zu breit. Zu breit. So, komm jetzt schnell. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ach, come on. Einmal raus, einmal rein. So, einmal Schmetterling. Jetzt aber hier. Gib ihm. Ja. Jawohl. Das wird doch reichen, oder? Gib mir die 100%. Ja, Mann. In der Mitte, kleiner, ganz schmaler Streifen in der Mitte. Und? Der Abschluss kommt. 92. Abgeschlossen, sofort ausmachen. Zack, sehr schön. Nächstes Feld. Das läuft ja hier. Nee, jetzt muss ich rüberbreddern. Okay, jetzt brauchst du ja ein bisschen. Eieiei. So, schon die... Das GPS ist schon korrigiert. So. Da nochmal schön rein. Aktivieren. Und es geht los. Jawohl. Auch hier. Ja, vielleicht. Nee. Da bleibt, glaube ich, zu viel übrig. Ich gucke mal, ob das genau passt mit zwei Bahnen. Wäre natürlich tiptop. Ich glaube, da bleibt ein bisschen zu viel übrig. Das heißt, da müssen wir gleich nochmal ran. Ja, dann sind die Aufträge doch schon mal nice. Wir gucken auf jeden Fall gleich nochmal rein in den Shop. Ob es Angebote gibt. Oder man muss einfach so ein bisschen zeitlich vorspulen. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass mit dem Laufe der Zeit, also im Laufe des Tages sozusagen, eines Monats, jetzt sind wir gerade hier bei sieben Uhr, dass so um neun Uhr oder so was, dass da neue Aufträge irgendwie kommen. Auch neue Aufträge von verschiedenen Farmern, Lohnarbeitsaufträge, dass das so im Laufe der Zeit sich nochmal irgendwie ändert. Also, da tut sich bestimmt gleich noch ein bisschen was, wenn jetzt gerade noch nichts drin ist. So, das ist fertig. Ja, und wir müssen tatsächlich hier noch ein paar Mal querfahren. Also, rettern wir nochmal eben von hier. 96% erledigt. Ja, das ist aber auch ein Ding. Jetzt müssen wir mal ganz kurz hier in die Breite. Zack. So, dann fahren wir da hin. Ah, passt schon. Zack. Oh, und abgeschlossen. Jawollo. Ich glaube, da vorne ist schon direkt das Nächste. Äh, genau. 82. Ist das richtig? Ich war da nochmal kurz vor, aber ich glaube schon. Wir haben 6800 Liter immer noch. Boah, hätte das vielleicht gereicht, hätte ich mir die 10.000 sparen können. Hör doch mal auf, ja. Ja, ist das richtige Feld? Das wär's ja gewesen, wa? Oh, guck mal. Oh, das wird reichen. Oh, das wird reichen. Wart ab. Wir fangen hier ein bisschen mehr da drüben an. So, ein bisschen neben der Spur. Und danach geh ich voll auf die Spur. Ähm. Go go. Tempomat. Aktivieren. Ich weiß auch, Tempomat. Jetzt fahr ich ein bisschen rüber. Ja. Komm, das wird auch reichen. Und? Nee, nee. Alter, come on. Ah, ja gut. Bei dem kleinen Feld, da macht natürlich so eine Ecke auch viel aus, ne? Da die Ecke und da hinten die Ecke. Und dann, da hinten die Ecke. So, wahrscheinlich mehr da hinten die Ecke. Dann müssen wir mal eben so quer rüber. Werdig. Okay. Damit haben wir alles. Damit haben wir wirklich alles. Ist ja nice, ey. Ja, alle abgeschlossen. Alle abgeschlossen. Abschließen. Abschließen. Sauber. Und? Hat's das gebracht? Nicht so richtig. Wir sind 5.000 im Plus, haben allerdings auch 3.400 mehr, 3.400 Liter mehr Dünger. Das heißt, wenn nochmal Düngeraufträge kommen, sollte ich die echt erstmal damit erledigen. Ja, hier steckt das Geld natürlich hier gerade gebundenes Kapital sozusagen. Hier steckt das Geld gerade hinten im Anhänger. 5.000 plus, aber immerhin gemacht. Ja, und an für sich ist es nicht schlecht, ne? An für sich nicht schlecht. Wir gucken nochmal kurz rein hier. Das hier werden die nächsten, Alter, Kartoffeln. Hast die Nacken. Karotten. Rode Beede. Alter. Ich weiß nicht, ob ich das mache. Hier auch Kartoffeln. Und wieder Karotten. Und nochmal Kartoffeln. Alter, jetzt kommen die ganzen Erdäppel. Sorgumhirse. Ich denke, ich werde mal so einen Sorgumhirseauftrag machen. Das allerdings dann im Livestream. Und vielleicht dann die Tage nochmal. Vielleicht mache ich echt mal so einen Karottenauftrag. Also leih mir das Gerät aus und baller dann die Karottenaufträge durch. Aber die Sorgumhirse, die machen wir dann im Livestream. Das heißt, im nächsten Video ist das quasi dann mit der Sorgumhirse schon alles erledigt. Genau, hier ist einmal. Eins. Was haben wir hier? Mann, Mann, Mann. Ja, zwei. Das ist nicht viel. Drei. Vier Aufträge Sorgumhirse. Und für 2000, das ist der größte Auftrag. Ja, und das sind dann die kleineren Geräte. Die wollen wir dann aber auch nicht. Wir nehmen dann schon hier die Monstergeräte. Der Sorgumhirse. Habe ich auch Bock drauf hier, die Maschinen. Alter, Walter. Richtig, 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 richtig geil. Die dicken Maschinenkass. Ich brauche gar nicht das alles. Ich nehme den MAN. Ich nehme hier das Schnittwerk, das Schneidwerk und so Sachen. Und dann gebe ihm. Feld 32 war auch ziemlich groß. Das ist hier oben irgendwo, genau. Die Sorgumhirse. Ja, so. Ich fahre zurück. Kurzer Dünge. Kurzes Dünge-Video. Wir haben wieder ein bisschen Cash gemacht. Das ist der neueste Stand der Dinge. Wir sind im nächsten Monat. Wir gucken noch mal schnell rein. Es gibt noch keine weiteren Angebote. Also nach wie vor das Gleiche hier. Und das heißt, letzten Endes müssen wir jetzt tatsächlich noch ein bisschen warten, was noch so alles kommt. Und vielleicht gibt es ja endlich mal einen richtig nice Traktor. So viel dazu. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin. Bis dahin.